Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat die Bundesregierung aufgerufen, mehr für Flüchtlinge zu tun. Die Furcht, die Flucht nach Europa werde zunehmen, sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. Gleichzeitig steige die Bemühungen, Deutschland sich abzuschotten. Deswegen würden Menschen abgeschoben, die von ihren Verwandten aufgenommen werden könnten. Dabei, so Burkhardt, wäre es aber vernünftig, diese Flüchtlinge aufzunehmen, weil ihre Angehörigen sie unterstützen könnten. Das helfe bei der Integration.